Manchmal fehlt einfach der Platz, um große Modellbahnwelten zu erschaffen. Vor allem in den engen Grenzen einer Wohnung ist es oft eine Herausforderung, Platz fürs Hobby Modellbahn zu finden. Zum Glück sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, sodass es auch kleine Modellbahnanlagen gibt, die den Betrachtern viel Freude bereiten. Wie zum Beispiel diese kleine Wohnzimmeranlage mit einer Größe von 95 mal 39 Zentimetern, die sich perfekt in einen Schrank integrieren lässt. Eine Schmalspurbahn fährt ganz in Ruhe im Kreis durch die idyllische Landschaft um den Haltpunkt Klausnitz in Thüringen. Im Maßstab 1 zu 120 passt so einiges auf die kleine Anlage. Es ist nämlich sogar Platz für ein Ausweichgleis und ein Abstellgleis. Der Zug dreht seine Runden und fährt sogar durch einen Tunnel. Auf dem darüber liegenden Berg kann man wandern gehen. Na, wenn das nicht eine perfekte Kombination ist, weiß ich es auch nicht. Im Ort und am Bahnhof ist auch einiges los. Gleich kommt der Zug. Also dann genießt eure Zeit am besten mit und nicht ohne Eisenbahn.